Ja, ich grüße euch hier auf TechTracks HD zu einem neuen Video und ich grüße euch zu einem neuen Tech Opinion Video hier auf meinem Kanal und ich würde sagen, wir sprechen jetzt hier in diesem Video mal ganz gemütlich über das Thema Burn-In bei OLED-TVs. Ich habe jetzt ja vor kurzem hier auf meinem Kanal schon ein Video veröffentlicht, wo ich euch geklärt habe und gezeigt habe, wie dieses Ganze mit dem Pixel-Refresher, der Pixel-Reinigung funktioniert und in diesem Zusammenhang habe ich ganz viele Kommentare als auch Nachrichten bei mir auf dem Discord bekommen, wo es doch Leute immer noch ein bisschen, ja, die Angst haben, es könnte doch zum Burn-In kommen, wenn ich meinen Fernseher irgendwie in dieser Form nutze und so weiter. In diesem Video möchte ich mit euch jetzt einfach mal über dieses Thema Burn-In sprechen, möchte euch ein bisschen erklären, wie entsteht das alles und einfach auch meine Meinung dazu sagen, dass ihr generell eigentlich keine Angst haben müsst vor einem Burn-In bei einem modernen OLED-TV. Ja, wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Ja, ich kann durchaus nachvollziehen, dass das Thema Burn-In bei vielen ein wichtiges Thema ist, als auch ein sensibles Thema. Viele, die sich jetzt einen modernen OLED-Fernseher kaufen oder sich entscheiden, jetzt vom LCD zum OLED zu wechseln, recherchieren natürlich im Internet und das Erste, was man meistens trifft oder wo man drauf trifft, ist, ja, OLED-Fernseher haben die Chance, zu einem Burn-In zu kommen, dass der Panel kaputt geht, wenn man zu lange damit schaut oder dass es dann nach einer bestimmten Nutzungszeit dann Probleme gibt und so weiter. Das ist immer das Erste, was man liest und das ist sehr groß verbreitet, weil OLED-Fernseher ja früher durchaus diese Probleme hatten, als die Technik noch nicht so ausgereift war. Und das steht jetzt so ein bisschen in Konkurrenz zu dem, was heute möglich ist und dadurch kommen wir schnell an den Punkt, dass falsche Schlüsse gezogen werden. Und hier in diesem Video möchte ich jetzt einfach mal da ein bisschen mit aufräumen, euch ein bisschen erklären, was ist ein Burn-In überhaupt, wie entsteht das und warum Burn-In heutzutage eigentlich gar nicht mehr so ein großes Thema ist. Das Thema ist sehr sensibel und ich finde, es ist jetzt mal an der Zeit, dass wir hier mal ganz ruhig über das Thema Burn-In sprechen. Ja, was ist ein Burn-In? Ganz einfach gesprochen, Burn-In an sich ist gar nicht die richtige Bezeichnung beim OLED-Fernseher. Dieser Begriff Burn-In kommt so ein bisschen aus der früheren Technik, also aus ungefähr vor 10, 15 Jahren, als die Plasma-Fernseher noch auf dem Markt waren und eine aktive Rolle gespielt haben. Damals war es so, dass auch Plasma-Fernseher qualitativ von der Bildqualität her LCD vorzuziehen waren, da diese auch eine sehr gute Bildqualität geliefert haben, aber technische Nachteile hatten, wie zum Beispiel das klassische Einbrennen des Bildes. Und dieser Einbrennen-Effekt, dieser Burn-In-Effekt, den man damals bei den Plasma-Fernsern hatte, der sieht ähnlich aus wie bei den OLED-Fernsehern. Und dadurch ist das quasi mit rübergeschwappt und wird bei den OLED-Fernsehern auch einfach Burn-In genannt. Effektiv ist es aber so, dass das gar kein Burn-In ist, sondern es ist ein Verbrauchen der Pixel. Die OLED-Pixel können ja alle selbst leuchten und die einzelnen Pixel haben ihre eine gewisse Lebensspanne. Und wenn die zu stark beansprucht werden, werden diese Pixel irgendwann schwächer und können nicht mehr so stark leuchten wie die Nachbar-Pixel. Wenn ja zum Beispiel einen statischen Bildinhalt darstellt, wo eine gewisse Pixelschicht sehr stark beansprucht wird, oder Pixel-Gruppe, sagen wir es so, dann kann es sein, dass diese gewisse Pixel-Gruppe, zum Beispiel die roten Pixel, stark verbraucht werden und dann an der Stelle das Rot nicht mehr so stark darstellen können, wie zum Beispiel an einer anderen Stelle. Und dadurch kann es da zu so grünlichen Verfärbungen kommen. Oder wenn ihr zum Beispiel einen 21 zu 9 Film schaut, also mit Kinobalken, ist es so, dass die Pixel in dieser schwarzen Schicht, also in dem schwarzen Bereich, wo die Pixel dann nicht aktiv sind, sich nicht so stark verbrauchen, wie in dem Bereich, wo das Bild eigentlich dargestellt wird. Dadurch kann es dann irgendwann dazu kommen, dass ihr zum Beispiel bei gräulichen oder weißen Inhalten eine Linie in dem Bild habt, wo sich die Kinobalken eigentlich befinden. Oder auch beim 4-3 Inhalt ist das so. Das ist auch ein Burn-In, weil die Pixel in der Mitte sich mehr verbraucht haben, als im Außenbereich des Bildes. Jetzt das so, soweit zum Burn-In. Also wir haben an dieser Stelle tatsächlich ein abschwächender Pixel und kein verbrennender Pixel. Aber das ist alles an sich nur noch eine Sache der Theorie, wenn man so möchte. Denn diese ganze Burn-In-Geschichte ist nicht mehr so kräftig oder gewichtig wie noch früher. Und da möchte ich jetzt mit euch drüber mal sprechen. Warum ist Burn-In heutzutage eigentlich gar nicht mehr so das Thema? Ja, wie wir bereits gesagt haben, ist dieses ganze Thema rund um Burn-In bei OLED-Fernsehern etwas, was ja schon seit Anbeginn der Zeit der OLED-Fernseher mitschleift. Vor gut 8-9 Jahren. Und in diesen 8-9 Jahren haben die Hersteller ja nicht mit dem Fuß in der Steckdose geschlafen, sondern haben sich dieses Thema natürlich auch zu Herzen genommen und sind natürlich an den Punkt gekommen, dass sie gesagt haben, gut, wir müssen das Problem lösen, wenn die OLED-Technik wirklich konkurrenzfähig sein soll. Da haben sie einmal das Problem natürlich mit der Helligkeit gehabt. Die Fernseher waren ja damals vor gut 8-9 Jahren bei den ersten OLED-TVs nicht so hell wie heute. Aber natürlich auch das Problem mit dem Burn-In. Das ist auch so etwas, was so ein bisschen miteinander verzahnt ist. Denn OLED-Fernseher haben durchaus einen sehr hohen Energiebedarf. Und dieser Energiebedarf ist auch das ganz große Problem, was den Burn-In angeht. Denn desto heißer so ein OLED-Pixel wird, desto schneller verbraucht er sich. Und das ist etwas, wo sich die Hersteller natürlich drangesetzt haben und gesagt haben, okay, die Panel müssen effizienter werden. Das heißt, der Verbrauch, die Aufnahme der Energie muss besser genutzt werden für die Bilddarstellung. Und die Fernseher müssen irgendwo gekühlt werden. Und dadurch haben sie, ist AG jetzt vor allem letztes Jahr mit diesem bekannten Evo-Panel oder auch besser bekannt als WBR-Panel, sind die einen effizienteren Weg gegangen, da der Panelaufbau effizienter gestaltet wurde als gegenüber dem klassischen WB-C-Panel. Wodurch natürlich auch WB-OLED-Panels oder Evo-OLED-Panels nicht so ein starkes Nachleuchtverhalten haben wie bei dem klassischen WB-C-Panel. Das haben wir letztens bei dem Sony A80K gesehen, welcher noch das alte WB-C-Panel verwendet, was nicht so effizient ist, wodurch es da zum starken Nachleuchten kommt. Und wenn OLED-Pixel stark nachleuchten, sind sie an dieser Stelle schon überstrapaziert worden, wodurch sie natürlich dann schneller verbrennen, also sich verbrauchen an der Stelle. Wenn zu viel Hitze an dem OLED-Pixel anliegt, verbrauchen diese sich auch schneller. Denn Hitze ist gleich der Tod der OLED-Pixel und die geringe Effizienz. Jetzt ist es so, mit den WB-Paneln ist die Effizienz ja gut 20-30% gestiegen, wodurch die Panels nicht mehr so heiß werden und die Pixel an sich auch nicht mehr so stark sich verbrauchen, weil nicht mehr so viel Hitze anliegt. Das hat natürlich auch gleichzeitig den positiven Effekt, dass WB-E-Fernseher, also WB-OLED-Panel oder Evo-OLED-Panel nicht so viel Strom verbrauchen wie die klassischen WB-C-Panels. Um das Ganze noch weiter zu steigern, hat ja Sony vor einem Jahr bei einem Sony A90J ein Heatsink verbaut, also ein Kühlelement, wodurch die Fernseher oder die OLED-Panel noch ein bisschen zusätzlich gekühlt werden. Desto kühler die OLED-Pixel gehalten werden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Burn-In entsteht oder dass die Pixel sich stark verbrauchen. LG hat dieses Jahr da auch dementsprechend nachgelegt und hat dies auch mit dem LG G2-Evo-OLED gemacht, mit dem neuen Evo-Panel EX, wo dann natürlich nochmal eine bessere Effizienz an sich sowieso zur Verfügung steht und das gepaart nochmal mit der Heatsink ist da natürlich nochmal eine deutlich bessere Effizienz entstanden und natürlich ein deutlich niedrigeres Niveau an Burn-In-Gefahr. Also was ich möchte jetzt hier unter dem Strich sagen, die Panels haben sich weiterentwickelt, sie sind effizienter geworden, sie verbrauchen weniger Strom, entwickeln weniger Hitze, wodurch natürlich die Pixel sich auch nicht so schnell verbrauchen und auch nicht zerstört werden. So effektiv beim modernen OLED-TV mit einem WBE-Panel ist die Burn-In-Gefahr sehr, sehr gering. Das aber dann noch ist das eine, dann haben wir an der Stelle natürlich noch einen anderen Punkt und das ist die Software-Sache. Da haben wir ja letztens ja auf meinem Kanal schon drüber gesprochen, über diese ganze Pixel-Reinigungs-Geschichte und darauf möchte ich jetzt noch kurz zu sprechen kommen. Der Pixel-Refresher oder auch die Pixel-Reinigung ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Fernseher natürlich im Betrieb oder im Standby-Betrieb dann das Panel pflegen können und schwächere Pixel ausgleichen können. Das Punkt Ausgleichen ist hier ein ganz wichtiger Punkt, denn OLED-Panels sind vom Werk aus nicht bei der maximalen Lichtleistung, sondern sie fahren gut 30% weniger, als sie eigentlich leisten können. Diese 30% Differenz zwischen maximaler Leistung und der eigentlichen Leistung, die dann letztendlich auf dem Bildschirm ist, wird dafür verwendet, falls Pixel schwächer werden, um dann die Reserve zu nutzen, um sie wieder nachzujustieren. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer in Kombination mit der besseren Effizienz, mit in Kombination von Kühlelementen, dass ein Burn-In entsteht und dass die Pixel sich verbrauchen. Das ist auch mal ein ganz wichtiger Punkt und das ist der wichtige Punkt, was den Pixel-Refresher angeht. Der Pixel-Refresher macht sich quasi diesen Reserven, quasi macht sich das zu eigen und sorgt dafür, dass die Pixel nachjustiert werden. Das ist das, was vor allem sehr wichtig ist. Daher solltet ihr den Fernseher auch immer am Strom lassen, sodass er diese Pixel-Refresh-Algorithmen durchführen kann. Dann gibt es natürlich noch weitere Technologien, die natürlich noch so ein bisschen Anti-Burn-In sind. Das ist zum Beispiel so Sender-Logo-Dimmen, dass natürlich dann so statische Bildinhalte nicht so stark leuchten. Das kann man zum Beispiel einstellen oder dass es die Pixel-Shift-Funktion gibt, dass das gesamte Display oder beziehungsweise das gesamte Bildinhalt sich immer ein bisschen schiebt, von oben nach unten. Das ist aber eine Sache, die durchaus bei sehr statischen Bildinhalten jetzt nicht den Effekt hat, hat aber durchaus einen positiven Vorteil in manchen Situationen, aber das ist eher so ein kleiner Teil, was das Burn-In-Ding angeht. Eher ist die Technologie an sich jetzt deutlich effizienter geworden, wodurch die Wahrscheinlichkeit fast bei Null ist, dass ein Burn-In entsteht. Selbst nach 75.000 Stunden, 80.000 Stunden, 100.000 Stunden wird bei einem modernen OLED-TV kein Burn-In entstehen, wenn er immer am Strom gelassen wird, sodass die Pixel-Refresh-Algorithmen ausgeführt werden und natürlich, wenn ein modernes Evo-OLED-Panel verwendet. Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt ein Fazit. In diesem Video haben wir festgestellt, was an sich ein Burn-In ist. Da haben wir kurz drüber gesprochen, dass es eigentlich ein verbrauchender Pixel ist. Aber wir haben auch vor allem festgestellt, dass die OLED-Panel-Technik sich in den letzten 8, 9 Jahren so weit entwickelt hat, dass das Thema Burn-In eigentlich effektiv nur noch eine kleine Fußnote geworden ist. Hat natürlich auch viel mit dem Nutzerverhalten zu tun. Wenn ihr den Fernseher am Strom lasst, ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich gegen Null, das in Burn-In entsteht. Aber auch die Panels selber sind sehr effizient geworden, sehr robust geworden, wodurch auch die Burn-In-Gefahr sehr gering geworden ist. OLED ist an sich eine Technologie, die jetzt an den Punkt angekommen ist, wo man sie als ausgereift bezeichnen kann. Ich habe bis jetzt bei meinen OLED-Fernsehern bisher noch keinen großen Burn-In feststellen können. Vor gut 4, 5 Jahren mit meinem AGC8 hatte ich mal einen, aber das war ich selbst verschuldet. Da habe ich das mit den Pixel-Refreshern nicht so ernst genommen. Das habe ich damals sehr deutlich gemerkt, konnte es aber auch ausbügeln. Ich habe jetzt auch mal vor kurzem beim AGC2 eine leichte Schattenbildung gehabt, aber da war auch nur zu sehen, dass er noch den kleinen Refresher, also diesen kleinen Pixel-Reinigung noch nicht durchgeführt hatte. Da habe ich das kurz laufen lassen. Nach 5 Minuten war das Thema erledigt. Da sieht man deutlich, dass diese Technik deutlich sich weiterentwickelt hat und dass das Burn-In eigentlich gar nicht mehr so das große Problem ist. Daher sollte man das auf jeden Fall klar differenzieren. Die Fernseher vor 5, 6 Jahren waren nicht so effizient und nicht so darauf optimiert, das Burn-In zu verhindern als heutzutage die modernen OLED-TVs, unabhängig vom Hersteller. Achtet aber auf jeden Fall darauf, dass die Fernseher das moderne WBE-Panel haben oder das WBE-EX-Panel. Das ist ganz, ganz wichtig, denn diese Panel sind erst so effizient. Ein WBC-Panel würde ich heutzutage nicht mehr empfehlen. Die sind von der Burn-In-Gefahr deutlich anfälliger als die modernen WBE-OLED-Panels. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall hier in diesem Video mal darüber gesprochen, was hat das eigentlich mit diesem Burn-In alles so auf sich. Muss man da Angst vor haben? Und ganz ehrlich, die Angst braucht ihr nicht haben. Ich nutze jetzt schon seit Jahren OLED-Fernseher und das noch mehrere tatsächlich und daher bin ich sehr, sehr zufrieden damit und habe bisher keine großen Probleme mit Burn-In gehabt. Ja, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben und wenn in Zukunft solche spannenden Tech-Opinion-Videos nicht verpassen wollt, solltet ihr das kostenlose Abonnieren meines Kanals nicht vergessen sowie das Aktivieren der Glocke. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt eine Burn-In-freie Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!